Hi, ich bin Mehmet, dein neuer Trainer. Hi. Für diese Liebesgeschichte bringt eine Frau her, die älter ist als ich. Nicht mal deutsche Männer wollten sie haben. Gibt es nur eine Hürde? Kriegst du gar nicht mit, dass deine Mutter ständig versucht, dich zu verkuppeln? Ich hab mir gewünscht, dass du verstehst, was ich an ihr liebe. Ein Fisch namens Liebe. Sonntag, 20.15 Uhr im ZDF.